Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Marionette, die nach meiner Pfeife tanzt. Und wenn das noch nicht hilft, verschwindet er. Ich bin überzeugt, dass ich es schaffe, den Clan unschädlich zu machen. Das haben schon viele geglaubt. Es gibt gegen die nur ein Mittel. Und das wäre? Umlegen. Hilfe! Hilfe! Ah! Ah! Schauen Sie sich doch! Hilfe! Hilfe! Aber ich weiß ja gar nichts. Seien Sie sich über eins klar. Wo immer Sie sich aufhalten, die werden Sie finden, so wie ich sie gefunden habe. Bedenken Sie das. Auf Wiedersehen. Du wirst mich umbringen! Er verkehrt in der besten Gesellschaft, obwohl er ein Mörder ist. Warum verhaften Sie ihn nicht? Ich bin ein Mörder. Untertitelung. BR 2018 Sind Sie ganz sicher? Ich habe ihn ein paar Mal bei ihm gesehen. Sagen Sie mir, Herr Staatsanwalt, für welche schmutzige Seite es Sie arbeiten? Die Frage ist, für wen Sie arbeiten! Die Frage ist, für wen Sie arbeiten! Die Frage ist, für wen Sie arbeiten?